Sensationsurteil in München. Was bedeutet das für die Grillsaison 2023? Wir sagen es Ihnen in diesem Video. Hallo, mein Name ist Tim Schmidhäusler. Ich bin Rechtsanwalt, Grillfan und Geschäftsführer der Kanzlei Dr. Sturm & Sauer. Die Kanzlei, die die heißen Themen anpackt. Heute geht es ums Grillen. Ich zähle die Handschuhe mal aus, denn die sind auf Dauer etwas warm. Und auch etwas unhandlich. Aber was ich Ihnen heute erzählen möchte, ist ein neues interessantes Urteil des Landgerichts München. Da hat ein Rentner, der 75-jährige Heinz J., geklagt gegen seinen Nachbarn, der wohl nahezu täglich auf dem Balkon gegrillt hat. Und der ganze Rechtsstreit hat sich sogar bis in die zweite Instanz gezogen. Das heißt, das Landgericht hat in einer Berufungsentscheidung ein Urteil gesprochen und hat Folgendes festgehalten. Der Nachbar von Heinz J., muss es unterlassen, an zwei aufeinanderfolgende Tagen am Wochenende, Klammer auf, Samstag oder Sonntag, Klammer zu, oder an zwei aufeinanderfolgenden Sonnen- und Feiertagen und insgesamt mehr als viermal im Monat zu grillen. So viel zum Juristendeutsch. Noch viel besser, das Gericht hat ein Ordnungsgeld angedroht, bis zu 250.000 Euro für den Fall, dass der Gegner von Heinz J. sich nicht an dieses Urteil hält. Was bedeutet das für die Grillsaison 2023? Nun, das Grillen auf dem Balkon oder das Grillen im Garten ist häufig Thema von Gerichtsentscheidungen. Und man kann nicht sagen, dass das eine Entscheidung ist, an die jetzt alle Griller in Deutschland sich halten müssen. Denn es geht eigentlich immer um Einzelfallentscheidungen. Wichtig ist, wenn Sie grillen, müssen Sie auf die Interessen des Nachbarn Rücksicht nehmen. Sie müssen zwei Sachen miteinander abwägen. Zum einen Ihre Freiheit auf Ihrem Balkon oder in Ihrem Garten eigentlich machen zu dürfen, was Sie gerade wollen. Und zum anderen natürlich auch die Freiheit Ihres Nachbarn, der nicht jede Einwirkung von außen auf sein Grundstück dulden muss. Und das kann natürlich schon auf Dauer anstrengend sein, wenn der Nachbar jeden Tag direkt nebenan Würstchen grillt. Und ich möchte eigentlich auf dem Balkon sitzen und die frische Luft genießen. Diesen Ausgleich hat das Landgericht München so geschaffen, dass der Nachbar nur noch einmal pro Woche grillen darf. Das Landgericht war der Auffassung, dass damit die Interessen beider Parteien angemessen berücksichtigt werden. Und das kann natürlich auch für viele andere Fälle so sein. Es hängt vielleicht auch davon ab, wie nah ist denn der Nachbar eigentlich entfernt? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, auf dem Grundstück noch auszuweichen? Es gibt zum Beispiel auch Entscheidungen, wonach das Grillen häufiger erlaubt ist, allerdings nur in der äußersten Ecke des Grundstücks, weit weg vom Nachbarn. Es gibt aus den letzten Jahren eine Vielzahl von Entscheidungen unterschiedlicher Gerichte. Das sind meistens die Amtsgerichte, die eigentlich für solche Nachbarschaftsstreitigkeiten zuständig sind, die verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt haben. Es gibt Gerichte, die gesagt haben, einmal pro Woche oder zweimal am Wochenende wäre zulässig. In Einzelfällen haben Gerichte auch gesagt, wenn nach dem Mietvertrag das Grillen auf dem Balkon vollständig untersagt ist, dann darf man gar nicht grillen. Solche Entscheidungen gibt es natürlich auch. Man kann aber nicht sagen, dass es ein Grillrecht in Deutschland gibt. Es gibt auch kein Grillgesetzbuch. Das heißt, das gibt es wahrscheinlich. Das enthält wahrscheinlich Rezepte oder Tipps zum Grillen, aber keine rechtlichen Regelungen. Sondern entscheidend ist einfach das nachbarschaftliche Näheverhältnis und man muss aufeinander Rücksicht nehmen. Wenn Sie einmal Konflikte mit Ihren Nachbarn haben, versuchen Sie natürlich zuerst, die einvernehmlich zu lösen, denn Sie müssen ja auch noch länger miteinander auskommen. Wenn Sie allein nicht zurechtkommen, sind wir Ihnen aber auch gerne behilflich. Kontaktieren Sie uns gerne über unsere Homepage. Wir beraten Sie in allen Rechtsfragen, auch im Bereich des Nachbarrechts und können Ihnen vielleicht sagen, wie oft Sie grillen dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.